Was für eine Überraschung! Juliette Schopmann und Tanej Schafatschik sind verheiratet. Die Sängerin und die Komikerin sind schon seit einer Weile ein Paar. Allerdings bestätigen sie ihre Beziehung nie offiziell. Doch ihrer Liebe zueinander sind sich die beiden offenbar mehr als bewusst und wagen sogar den nächsten Schritt. Die zwei Frauen geben sich das Ja-Wort. Das teilen sie ihren Fans mit Bildern mit, die sie überglücklich in weiß gekleidet an einem Strand zeigen. Auch wenn sie nicht explizit sagen, dass sie den Bund der Ehe eingehen, deutet Tanejs Kommentar darauf hin. Die Stand-up-Comedian fügt dem Beitrag ein Herz und einen Ehering hinzu. Bisher äußern sich die Toteltauben noch nicht dazu. Aber wer weiß, vielleicht erzählen Juliette und Tanej bald von ihrer Hochzeit.